So, hallo Leute, ja, kurze Mitteilung, lang ist es ja her seit dem letzten Video hier zu dem Let's Play und der ein oder andere von euch fragt sich vielleicht, geht es hier überhaupt noch weiter? Gibt es noch Videos? Snaflatoo, was ist los? Bleibst du am Ball? Und da muss ich euch ganz ehrlich enttäuschen, zu diesem Let's Play wird es wahrscheinlich keine Videos mehr geben oder das heißt wahrscheinlich ziemlich sicher, denn private Umstände verhindern momentan, dass ich mich in Ruhe hinsetzen kann und in Ruhe Let's Plays aufnehmen kann, und ich mich einfach konzentrieren kann auf das, was ich mache und auch die Arbeit. Es ist ja nicht nur das Aufnehmen, es ist ja noch mehr Arbeit, die da dranhängen an solchen Let's Plays. Das kann ich momentan einfach nicht anständig machen. Ich kann dir mal was sagen und zwar ein Umzug steht an und solche Geschichten, also das sind diese privaten Umstände und genau, da komme ich einfach nicht dazu, Let's Plays aufzunehmen. Was ich aber auf jeden Fall versprechen kann, ist, es geht weiter. Also sobald sich die Wogen, die Wellen ein bisschen geglättet haben und ich wieder die Ruhe gefunden habe, da was zu machen, dann wird es auf jeden Fall wieder Let's Plays geben. Und gerade zu Stellaris wird es ja dann auch so sein, dass der neue große DLC, der erste wirklich große Utopia und dazu auch noch ein kleiner Patch, der glaube ich heißt Banks, rausgekommen ist und da wird sich ganz viel ändern. Also die Änderungen, die dann drin sind in Stellaris, die möchte ich eigentlich dann auch im Let's Play drin haben. Und deswegen wird es, sobald alles wieder sich ein bisschen beruhigt hat, ein komplett neues Let's Play geben. Und ja genau, deswegen bleibt dran und ja, zwischenzeitlich versuche ich ein bisschen mehr auf der Internetseite zu machen, also ein bisschen mehr Reviews oder Guides oder solche Geschichten zu schreiben, dass da auch mal ein bisschen mehr Leben reinkommt. Also wenn ihr zwischenzeitlich zwischen jetzt und den nächsten Let's Plays, die kommen werden, noch irgendwas zu tun haben wollt mit mir, Neflatour, dann schaut einfach mal auf neflatour.de, lasst Kommentare da oder ja, nehmt Teil an der ganzen Sache. Ich würde mich wirklich freuen. Und ja, soviel dazu. Bis, ja, bis in ein paar Wochen, würde ich sagen. Also, ciao.